Arbeiten mit SmartArt-Grafiken. Zusammenhänge wie Prozesse oder Hierarchien müssen logisch und nachvollziehbar dargestellt werden. Entsprechende Infografiken herzustellen ist sehr aufwendig. SmartArt-Grafiken unterstützen Sie dabei. Bitte planen Sie für dieses Lernmodul ein Zeitfenster von ca. 10 Minuten. In diesem Modul erfahren Sie mehr darüber, wie Sie SmartArt-Grafiken in Ihre Präsentation einbauen, weiter, wie Sie SmartArt-Grafiken inhaltlich füllen bzw. erweitern und wie Sie SmartArt-Grafiken gestalterisch an Ihr Präsentationsdesign anpassen. Infografiken erstellen. Für Ihren Vortrag brauchen Sie einige Infografiken, möchten diese aber nicht selbst erstellen. Sie wollen stattdessen SmartArt-Grafiken verwenden. So geht es auch der Biotechnikerin Cordula C. Wie aber verwende ich SmartArt? Gehen Sie dazu Schritt für Schritt vor. Mit dem Befehl Einfügen SmartArt können Sie Grafiken aus der SmartArt-Bibliothek einbinden. Dafür stehen vielfältige Kategorien bereit. Eine eingefügte SmartArt-Grafik lässt sich über das Texteingabefeld mit Inhalten versehen und strukturell erweitern. Auf der Registerkarte SmartArt-Tools finden Sie Befehle zur Bearbeitung von Schriften und Farben und zum Hinzufügen von Effekten. So einfach lassen sich SmartArt-Grafiken nutzen. SmartArt-Grafiken sind vorgefertigte Infografiken, mit denen sich komplexe Zusammenhänge optimal visualisieren lassen. Sie lassen sich bequem einfügen sowie inhaltlich und gestalterisch anpassen. Fassen wir zusammen. Die SmartArt-Bibliothek enthält viele Kategorien von Infografiken. SmartArt-Grafiken lassen sich strukturell und inhaltlich anpassen und erweitern. Und die Registerkarte SmartArt-Tools enthält viele Funktionen zur Bearbeitung der Infografiken. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit dem Lernmodul das Arbeiten mit SmartArt-Grafiken.